Du kannst ungefähr einmal am Tag douchen. Boah, die haben El Ramir, Abzett, Jeskla, Tore. Alright. Aber wir haben Finn. Wir haben Finn. Actually, ich glaube, wenn ich Mitte gegangen wäre, wäre das besser für uns. Ich weiß halt nicht, was er spielt, der Bursche. Also, wenn er sowas wie, äh, wenn er sowas wie, keine Ahnung, Uli, die sonst scheiß spielt, glaube ich, wäre das gut gewesen für uns. Und jetzt spielt Silas für alle, glaube ich, noch bad, ne? Halt irgendwas, was gut gegen Säcke ist. Ich denke, ein alter Dankeschön. Ich glaube, mein Bauer sieht eigentlich auch. So, ich mach kurz die Lay rein. Zack ist so strong gerade hier. Zack ist gerade sehr stark. Ich hoffe, nur nicht, warum? Also, die Atems sind halt sehr gut für ihn, ne? Die Atems sind extrem gut für ihn. 30 Sekunden, bis die Minion spawnt. Das ist halt, die kann auch nicht passen. Minions have spawned. Tschüss. Stand with me, brothers and sisters. C%, Ich werde dich und den Jungen... Ich werde dich und deine Verkaufskte... Ich hab angefangen mit Pull Ich hab dich ich schaff es nicht im fein des viel zu schnell fuck hat red geskippt ne ist schon fertig alter ist alter ist sehr schnell also jetzt mal for real what the fuck i love a challenge ich glaube nicht dass ich sagen darf da oder das ist das ist das ist Die haben Double Base, wir haben keinen Base, niemals können wir das contesten. Warum versuchst du das? Okay, Flash. ich will den kind nicht nehmen Rami, du bist zum Glück so bad, es ist so geil gegen dich zu spielen, ich liebe es es macht so viel Spaß gegen dich zu spielen das ist doch so wunderbar warte mal, aber ich darf mich da doch niemals allein lassen na gut, ich meine, we can win, 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 is ich liebe Iramia ich liebe Iramia will du fight? game is 1 I mean, honestly, game is one, except Mitte Mitte ist leider absolutes fucking Cackdisaster, mein Gott, warum Er muss einfach nur Aftab haben, als Leblanc gegen Kasadin, das sollte nicht so schwer So then Don't be low. Wehe man, ich mein, wir machen jetzt den großen Fehler vielleicht, ne. Ich hab ihn mit, ich hab ihn mit, ich hab ihn mit. Die Karate nehmen? Diese LeBlanc macht das Game nicht einfach, man. Okay, 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 okay. Okay, wait, wait, wait. Please stop, wait, please, please wait me. Wenn er die ganze Zeit reingeht, ist er absolut free, die ganze Zeit, by the way. Okay, ich gehe nichts anderes, als wir tun, außerdem zu supporten, okay. Okay, but I kind of lose. Okay, 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 okay. Okay, okay, how about we just Junge, mein Farmdoch, der scheint eine scheiß Lane und lass mich mein Game gewinnen, bitte, Alter Das ist so frustrierend, dieser scheiß Kerl Boah, und ich bin auch so dumm und mute ihn nicht, ich mute ihn nicht, warum mute ich ihn nicht Warum mute ich einen Master-Spieler nicht, der mich die ganze Zeit pingt, warum? Alter Das ist so frustrierend, Alter Er scheißt in den fucking Teppich rein und will, dass ich den sauber mache danach Like, holy shit Shut the fuck up und Inter einfach deine Lane nicht zu hart und dann ist das Game gewonnen That is so free Okay 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 Ich bin gerade so drückt, dass wir noch was Ich bin gerade so drückt, dass wir noch was Können Sie bitte nicht sterben daran Okay, okay, es ist Zeit zu voll klären Ich habe nichts gefahren seit fünf Minuten Nein, Leute, Custarding ist broken, natürlich, aber es gibt keinen Grund, dass unser Mitländer zweimal hintereinander Solo gegen ihn steht, es gibt einfach nichts Es gibt keine Begründung Na, schade mal Okay, deswegen ist, ich glaube auch, dass Upstate jetzt nicht mehr so relativ spielt, weil ich die ganze Zeit jetzt in der Mitte war Okay, okay, okay Okay, okay Okay, okay, okay Wie kam es dazu, dass noch dabei ist? War nicht meine Entscheidung. Ich war dagegen, aber Freddy wollte ihn dabei haben, damit ich Konkurrenz habe. Also, ist ja auch verständlich, ich guess, aber... Naja, nein. Wenn du dieses Game gewinnen, ist es huge, guys. Dieses Game ist huge. Also, also, dieser Flash, ne, ich verstehe. Ich verstehe nicht, wie dieser Kerl Challenger sein kann. Also, wirklich nicht. Wie bist du Challenger, Elramir? Ich check den Kerl nicht. Wie kann der nicht legit Master-Stuck sein mit diesem Gameplay? Wie ist die Schwerpunkte? Was ist das? fassen Sorry für meine Emotionen hier, ich raste die ganze Zeit aus, aber ich bin emotional sehr krass dabei, in diesem Game. Vor allem auch, weil es gegen Upset ist. Aber nach der Losing Streak von gestern muss ich glaube ich auch einfach dabei sein. Jetzt ist es ein guter Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder ich habe morgen ich habe einfach mal wollte so der flash auf mich das ist doch zu ich werde jetzt alle Smoughbreden Okay. Oh my god, that's actually on the tilt. Your team has destroyed an inhibitor. I'm actually at space, that's space in dual dragon. Okay, 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 guys. Sieht sehr gut aus, das Game. Ich sollte einen Dragon nehmen, dann Nash und dann wirklich binden. Ich bin schon in drei Sekunden, das brauchen wir nicht zu checken. Oh. Oh, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, den Team hat gerade einen Bot-Lame-Play gemacht und der ist mal reingerannt. Ich kann das nicht so gut denken, ne? Ich kann das nicht so gut denken, ne? Das werden nicht super gut. Oh mein Gott, was für Schaden. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich das Game nicht so klein fallen. Ich glaube, es ist GG. Er will nicht sterben. Alter. Er hat auch Level 15. Ich habe jetzt einfach beenden können. Ich würde sagen, das Game war lange nicht over. Jetzt kein Scherz. Das Game ist lange lange nicht over. Okay. Okay. Ich habe das hier. Ich finde, meine Köpfle ist nicht so klein. Ich habe ihn mit mir auf. Das ist aber huge. Ich habe einen Sub-Wortraum. Das war's. Das ist sehr disgusting. Aber ich glaube, vielleicht können wir beenden. Das war's jetzt nicht so für ein Drift nachhauen. Das war noch ein hartes am Ende irgendwie. Die Gegend haben nicht surrendered. Huge win. 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 Absolut huge. Huge. Gegen fucking Absätze gewinnen. Oh. Alter. Ich liebe Finn. Ich liebe Finn. Damit sind wir auch Master, ne? Ich hab's voll vergessen. Mir war's viel zu wichtig gegen Absätze gewinnen. Ich hab's voll vergessen, dass es gegen fucking ein Stream Master war. Guys! We did it! Oh mein Gott. Alter. Oh, es war rough. Rough game. Eigentlich hat Finn legit alles gecarried. Ich weiß nicht, warum ich drei Owners kriege. das war 100%ig Finn. Ich zittere einfach, ne? Ich zittere einfach.